Hallo? Ah, es geht! Juhu! Mann, dummes Ding. Also. Hallo zusammen! Willkommen beim 60 Abonnenten Special! Stopp! Eigentlich ist es ja das 50 und das 60 Abonnenten Special. Tja, so schnell kann es gehen. Nein, ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie schnell das ging. Wobei ich natürlich auch weiß, wem ich das zu verdanken habe. Vielen, vielen Dank euch allen und hallo, herzlich willkommen bei mir. Ja, was gibt es zu sagen? Also. Hier ist das super tolle Special und zwar geht es um folgendes. Ich habe mir gedacht, da ich ja jetzt irgendwie so gar keine Zeit hatte, mir eigentlich was zu überlegen, weil das irgendwie viel zu schnell ging, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal kein Cover, da ich sowieso in letzter Zeit ziemlich viel hochlade und dachte mir, wir machen einfach mal ein FAQ. Oh, ich kriege sowieso ziemlich viele Nachrichten, in denen irgendwelche Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, ob ich Gesangsunterricht hatte, wie ich zum Singen gekommen bin, seit wann ich singe, wie ich mich selbst einschätze und ach, da gibt es so viele Fragen. Und da sie ab und an auch schon mal doppelt kommen, habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee, das mal einmal für alle zu sagen, falls es überhaupt wen interessiert. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Naja, okay, machen wir weiter. Ihr habt jetzt also zwei Wochen Zeit, mir unter diesem Video hier in die Kommentare zu schreiben, was ihr halt an Fragen so habt. Ihr könnt mir wirklich Löcher in dem Bauch fragen, bis zum geht nicht mehr. Ich werde mich bemühen, alles zu beantworten. Das Einzige, was ich mir halt einfach mal rausnehme, ist Fragen, die jetzt zu privat wären, und dass ich die halt, dass ich mir einfach rausnehme, die nicht zu beantworten. Aber ansonsten werde ich wirklich sehen, dass ich alle möglichen Fragen beantworte und mache dann ein hübsches, kleines oder auch großes Video. Ja, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Ich bin nicht so gut darin, frei zu quatschen. Aber da gibt es natürlich trotzdem noch was zu sagen. Und zwar möchte ich euch einmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön sagen. Vielen, vielen Dank. Und ich bin echt dankbar dafür, dass ihr da seid, für euer Feedback generell, für eure Likes, auch für Kritik, wenn ihr mal sagt, das war nicht so doll und das war schief und da musst du noch dran feilen und ich bin da wirklich dankbar für. Naja, auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz, ganz großes, dickes Dankeschön. Fühlt euch geknuddelt und was auch immer, ich danke euch wirklich viel, vielmals. Ach und bitte schaut doch mal hier in dem Studio vorbei. Ich bin dort als Gastsängerin und Gastsprecherin und vielleicht interessiert euch das ja auch, was dort in nächster Zeit kommen wird. Okay, das war es dann auch. Wir hören uns. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Mwauw! extra terrestrial there is transit until another level boy you're my life star i wanna walk on your wavelength and be there when you vibrate for you i risk it all oh kiss me kiss me infect me with your love and feed me with your poison take me take me wanna be your victim ready for abduction boy you're an alien you're touched so far away it's supernatural extraterrestrial 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 Vielen Dank.